Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, willkommen zu einem neuen Format von mir und zwar einem persönlichen Podcast, wo ich euch meine Geschichte in WoW ein bisschen erzählen möchte und auch generell meine Vergangenheit im Gaming. Ja, also wie ich mit Gaming angefangen habe, welche Spiele ich gespielt habe, was für Rechner ich hatte und solche Geschichten und vielleicht auch mal die ein oder andere Real-Life-Story, also von LAN-Party und so weiter. Das hat man ja früher noch öfter erlebt, da wie gesagt war das Internet noch nicht so verbreitet wie heute. Da hat man sich dann öfter nochmal am Wochenende getroffen, ist mit dem Rechner zum Kumpel gefahren und sind dann noch bei drei anderen Freunde auch hingekommen und dann hat man halt eben da eine LAN-Party gemacht. Dieses Format hier wird ein bisschen länger gehen, also richtet euch darauf ein, dass ihr hier so halbstündige, vielleicht auch mal eine Dreiviertelstunde mir quasi zuhören könnt, wie ich über meine Vergangenheit im Gaming-Bereich und auch vor allem natürlich in WoW berichte. Also WoW war halt dann auch ab einem bestimmten Punkt einfach ein sehr wichtiger Bestandteil von meinem Gaming-Leben, wenn man so will. Das gab dann wirklich Jahre, in denen ich wirklich nur WoW gespielt habe und alle anderen Games einfach langweilig fand, letztendlich, muss man ganz klar so sagen. Und ich will einfach heute mal so ein bisschen chronologisch quasi den Weg nochmal mit euch gehen, wie ich quasi als kleiner Butschi angefangen habe mit dem Gaming und dann halt heute angekommen bin und hier mit 30 Jahren in die Webcam reinquatsche und halt eben Livestreams auf Twitch mache, YouTuber jetzt bin, kann man so sagen, kleiner YouTuber natürlich noch, komplett in den Anfängen. Aber ich will einfach mal so diesen Verlauf mit euch quasi hier besprechen und ich weiß noch nicht, wie viele Episoden da kommen werden. Ich denke, das ist auch so ein offenes Format, da werden, glaube ich, viele, viele Folgen kommen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich die ganze Geschichte hier nennen möchte, aber ich möchte einfach mal, ja, ein bisschen persönlicher werden, ein bisschen auch so meine Eindrücke aus dem Gaming berichten und damit fangen wir heute einfach mal an. Ja, in dem Sinne, lehnt euch zurück, macht euch einen Tee, Kaffee oder gönnt euch hier Kokosnusswasser von Lidl und ja, dann würde ich sagen, fange ich einfach mal an zu berichten, wie ich so meine ersten Berührungen mit dem Gaming-Bereich hatte. Also wenn ich jetzt versuche, mal so weit wie es geht zurückzudenken und überlege, mit welchem Spiel ich angefangen habe, dann wäre meine Vermutung, dass ich mit Tomb Raider 1 angefangen habe. Also Tomb Raider 1 war das Spiel, mit dem ich, glaube ich, angefangen habe. Wie gesagt, vorher hat man mal so im Windows integrierte Spiele gespielt, Solitär oder Minesweeper oder so ein Kack. Ja, das sind auch Spiele, wenn man so will. Aber ja, da war noch nicht viel mit Grafik und irgendwie Maus-Tastatur, da musste man halt nicht viel machen. Aber das, ja, wollte ich auch noch erwähnen quasi. Das habe ich auch gemacht. Aber mein wirkliches Spiel, das allererste Spiel, würde ich sagen, war Tomb Raider 1 eigentlich. Und dann kam relativ schnell dann Tomb Raider 2 und Tomb Raider 3. Und die haben wir eigentlich alle gespielt. Und zu dem Zeitpunkt war es eigentlich immer so, dass wir, oder dass ich auch das Spiel damals eigentlich schon gar nicht so oft alleine gespielt habe, sondern immer nur zum Kumpel gefahren bin. Und dann kennt ihr das noch, dann hat man sich abgewechselt. Dann hat der eine mal eine halbe Stunde gespielt. Wenn er dann gestorben ist, läuft der andere wieder ran. Und dann hat man sich immer so abgewechselt. Dann saßen wir wirklich, ja, Monate lang immer halt entweder bei ihm oder bei mir vorm Rechner. Und dann haben wir Tomb Raider gespielt. Und ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel danach kam. Also er hatte einige Spiele damals auf dem Rechner. So Pandemonium, glaube ich, hieß das eine noch. Das war so ein Jump and Run 2D-Spiel, wo man von oben so, also von der Seite quasi drauf geguckt hat. Und Rayman, ich glaube Rayman hieß das. So ein Vieh, der so quasi keine, der so in der Luft hängende Arme und Beine hatte. Ich glaube Rayman irgendwie hieß das. Das haben wir auch oft bei ihm gespielt. Und wie gesagt, alles so Jump and Run 2D-mäßig. Also Tomb Raider war dann tatsächlich das erste Spiel, was auch so 3D-mäßig am Start war. Aber wie gesagt, Tomb Raider hatte auch noch eine komplett räudige Grafik. Also auch wenn ich mir zum Beispiel heute mal Tomb Raider angucke, habe ich neulich mal bei YouTube mir ein paar Videos angeschaut. Selbst Tomb Raider 3 hat eigentlich noch voll die schlechte Grafik. Wie schnell sich eigentlich auch so die Grafik verändert hat, ist auch echt eine krasse Geschichte. Naja, auf jeden Fall, wir haben halt mit Tomb Raider damals angefangen. Und ja, es war ein Ballerspiel im Grunde genommen. Und ich weiß ganz genau, es war bei uns in vornherein immer so ein Thema, wo die Eltern immer irgendwie kritisch gegenüber waren. Also sie haben immer sich so gefragt, ja, ich schieße auf irgendwelche Leute, auf irgendwelche Tiere. So gut finden wir das nicht. Aber ja, aber spielen ja irgendwie alle und bla, blub. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie so ein Elternhaus, wo die Eltern komplett drauf geschissen haben, was ich so gemacht habe und meinen Kumpel damals auch nicht, mit dem ich da einen Kumpel angefangen hatte. Aber es wurde schon geduldet, ne. So die mega brutalsten Spiele, so Mortal Kombat und sowas, habe ich persönlich nie so selber gespielt. Habe ich, wenn dann mal, bei anderen Freunden gespielt, die das dann irgendwie hatten. Und wo die Eltern das dann auch erlaubt haben. Wie gesagt, bei mir so richtig, sagen wir jetzt brutale oder so Spiele, Mortal Kombat war halt schon so ein bisschen übertrieben, wie die Gegner da am Ende immer dann zerfleischt wurden und so weiter. Das war bei mir nicht erlaubt, ja. Aber das habe ich mir dann halt bei Freunden mal angeschaut. Und ja, generell auch so Konsolen hatte ich selber auch eigentlich fast nie. Ich hatte mal eine Playstation 2, glaube ich. Aber das war es auch schon. Also ich war eigentlich immer mehr so der PC-Typ. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil ich einfach so das Geld, was ich hatte, also ich bin jetzt nicht arm aufgewachsen, aber auch jetzt nicht mega reich. Also so normaler Mittelstand, würde ich sagen. Und da habe ich dann einfach das Geld, was ich hatte, immer in meinen Rechner reingesteckt. Neues Headset, neue Tastatur, neue Grafikkarte, keine Ahnung, mal einen neuen Monitor, neue Boxen und so weiter. Kennt ihr ja. Die Sachen gehen auch immer mal wieder kaputt. Und da muss man dann schon auch ab und zu immer wieder Geld reinstecken. Und da hatte ich irgendwie dann nie so das Budget oder auch keinen Bock, mein Geld noch in irgendwelche Konsolen reinzustecken. Und ja, deswegen bin ich nie so mit Playstation oder Xbox und so weiter aufgewachsen. Sondern habe das, wenn dann, nur mal so bei Freunden so ein bisschen mir angeschaut. Aber war selber immer so der Computer-Typ halt. Ja, und dann weiß ich gar nicht mehr so genau, wie das war. Wie gesagt, ich bin jetzt auch 30 Jahre mittlerweile schon. Das ist natürlich auch schon ein bisschen her. Irgendwann kam dann so der Punkt, wo dann immer mehr Freunde auch einen eigenen Rechner hatten. Ja, man wurde so ein bisschen älter. Dann durfte man auch schon mal sich einen eigenen Rechner gönnen. Ich habe dann von meinem Konfirmationsgeld, habe ich mir dann einen relativ guten Rechner gekauft. Also für die damaligen Verhältnisse natürlich. Der hatte dann auch schon eine LED-Beleuchtung. Da war ich ganz stolz drauf. Und das war echt schon eine krasse Nummer. Ich glaube, der hat sogar um die 1000 Euro, oder ich glaube, das war schon Euro, 1000 Euro gekostet. Und ja, mit dem konnte man dann echt schon gut zocken. Und dann ging eigentlich so die krasse Gaming-Phase los. Ich meine, das müsste so mit 15, 16 Jahren ungefähr gewesen sein. Wo dann auch das mit den LAN-Partys langsam angefangen hat. Also man hat auch so im Single-Player-Mode, sage ich mal, angefangen mit dem Gaming damals. Also damals gab es halt noch kein Internet in dem Sinne. Wenn die Kiddies heute anfangen mit Gaming, dann können sie sich ja quasi direkt mit jedem Rechner ins Internet einloggen. und gegen ihre komplette Schule spielen, ja. Oder gegen irgendwelche Randoms aus dem Internet. Und damals war es halt wirklich einfach so, man hatte vielleicht mal eine Internet-Anbindung. Aber in vielen Fällen war ich halt einfach mega räudig. Und da konnte man nicht fett, also mit einem guten Ping oder so spielen. Und es gab auch noch nicht so mega viele Spiele, die direkt auch eine Online-Multiplayer-Funktion hatten. Also viele Spiele damals waren auch komplett noch so auf Single-Player-Kampagnen ausgelegt. Und es gab halt dann, also das, was eigentlich so die erste Entwicklung war, glaube ich, war dann so vom Single-Player zum Multi-Player. Also dass man überhaupt mit mehreren Leuten ein Spiel spielen konnte. Das war dann eher so die geile Geschichte, die dann so kam. Und das war dann auch der Grund, warum wir dann so viele LAN-Partys gemacht haben, glaube ich. Aber eine Online-Anbindung hatten eigentlich noch nicht viele Spiele, glaube ich. Und das war eigentlich auch interessant oder ist auch im Nachhinein so interessant, dass dann eigentlich relativ schnell klar war, dass so alleine zocken ist schon geil, klar. Aber Multiplayer ist irgendwie nochmal so der richtige Shit. Also da haben wir dann auch alle mega viel Bock drauf gehabt. Und dann ging es eigentlich so los mit der Counter-Strike-Phase. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann das Release von Counter-Strike war oder wann wir da irgendwie Zugang in Deutschland hatten, wie auch immer. Auf jeden Fall, Counter-Strike war ja sogar ein Mod von Half-Life, glaube ich. Glaube ich. Und wie gesagt, ich denke, Counter-Strike wird den meisten von euch ein Begriff sein. So die Mutter aller Shooter so ein bisschen. Oder vom Competitive-Shooter-Modus auf jeden Fall, wo dann so zwei Teams gegeneinander antreten. Counter-Strike hat sich ja eigentlich auch, wenn man so will, bis heute eigentlich auch noch gut gehalten. Also CSGO ist, glaube ich, die aktuelle Version. Und da gibt es auf jeden Fall auch eine aktive E-Sport- und Pro-Community. Und wir haben wirklich noch mit Counter-Strike 1.3, ja, mit Version 1.3 haben wir noch angefangen. Aber nur, wirklich nur sehr, sehr kurz. Also ein paar Monate. 1.3 noch gespielt, da konnte man noch Bunnyhopping machen. Und war noch richtig lustig, das Game. Aber dann, relativ schnell, kam dann 1.5. Ja, Counter-Strike 1.5. Und das war so das Game, was wir wirklich richtig todesgesuchtet haben. Also das war dann wirklich auch wirklich das Spiel, wo wir dann auch in einem Clan gejoined sind. Da kann ich auch euch Geschichten erzählen über die Clan-Mitgliedschaft, die wir da hatten. Also das war auch lustige Geschichte. Weil wir da auch so ein bisschen abgefuckt wurden und mit so ein paar Idioten auch dann zusammen in dem Clan waren, wo du dir auch echt so gedacht hast im Nachhinein so, ey Digga, ey. Warum haben wir uns das angetan? Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ging's dann los mit Counter-Strike. Und Counter-Strike, wie gesagt, ist halt auch ein Spiel, was halt absolut keinen Sinn macht, irgendwie Solo das zu spielen, ja. Warum sollte man sich alleine auf Dust oder Artstack oder so begeben und da rumrennen? Nein, da braucht man natürlich Gegner und es gab damit auch noch keine richtig guten Counter-Strike-Bots in dem Sinne. Die sind dann auch erst später gekommen und auch gegen Bots macht's halt auch nicht so mega Bock. Mal davon abgesehen und, ähm, nee, dann ging so die LAN-Phase los eigentlich und dann haben wir echt fast jedes Wochenende wirklich LAN gemacht bei irgendeinem Dulli, ja. Ähm, oft auch bei mir, äh, also ich war auch oft dadurch, dass, ähm, wir dann auch rumgezogen sind und dann auch ein relativ großes Haus hatten mit einem riesigen Keller unten. Äh, dadurch war dann mein Haus auch oft der, äh, Austragungsort von solchen LAN-Partys und, ja, also ich war echt so jemand, der fast bei jeder, größeren LAN dann so auch am Start war. Und da kann ich auf jeden Fall auch viele, viele Geschichten noch erzählen, ähm, über die, was wir da auf den LAN-Partys erlebt haben, also über abgebrannte Vogelhäuser, über, ähm, fast brennende Backöfen, bis zu, äh, Stromausfällen und Ausrastern von meinen Eltern, also da gibt's endlose Geschichten. Also diese LAN-Phase war echt schon, äh, krank. Ihr müsst euch heute auch vorstellen, ähm, so eine LAN-Party war auch einfach eine komplett aufwendige Geschichte, ja, weil man hatte noch nicht mal einen Flatscreen, ja, wir haben angefangen mit Röhrenmonitoren, die Älteren von euch werden das noch können, also so TFT und so weiter, so schöne, ähm, 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 LCD-Monitore, wie, wie die heute jeder hat, die gab's damals noch gar nicht so, ne, oder die gab's halt vielleicht schon, aber die waren mega teuer und die waren noch überhaupt nicht im Mainstream angekommen und, äh, wir hatten halt so die richtig fetten Röhrenmonitore noch und die mussten wir halt bei jeder Scheiß-LAN, jedes Wochenende irgendwie zum Kumpel bekommen, ja, und da mussten natürlich immer die Eltern uns da hinfahren und auch so Gaming-Laptops und so weiter waren auch noch überhaupt nicht verbreitet, weil die Technologie noch gar nicht so weit war, wenn man die einzelnen Komponenten so, ähm, Klein schon bauen konnte, dass Gaming-Rechner Sinn gemacht hätten, äh, Gaming-Laptops, ja, also heutzutage wär's wahrscheinlich, äh, hätten uns wahrscheinlich alle einen Gaming-Laptop einfach äh, gekauft und damit dann zu Lagen gefahren und vielleicht noch einen extra Monitor dazu, ja, aber damals haben wir wirklich immer diese riesigen Tower, die riesigen Röhrenmonitore, Pastatur, Maus, äh, Headset, manche haben noch ihren Stuhl mitgenommen, ihren eigenen Tisch, äh, das weiß ich auch noch, ey, manche, also manche wollten halt dann wirklich auch, dadurch, dass halt auch Counter-Strike so ein, ja, so so wettbewerbsorientiert einfach ist, ne, man wollte da halt nicht verkacken, man wollte die, die anderen halt auch fertig machen, ne, und natürlich hat man auch so eine Lahn, wenn man da irgendwie einen Kack-Tisch hat oder einen Kack-Stuhl, schlechtere Bedingungen auch wirklich abzugehen, ne, bei Counter-Strike, und dann haben halt einige dann wirklich angefangen, ihren Tisch mitzuschleppen, zu Lahn, ihren eigenen Stuhl und also den kompletten Haushalt einfach mitgeschleppt zu Lahn und das hat natürlich auch die Eltern immer mega abgefuckt und so, ne, dann bist du zu deinen Eltern hingegangen und meinst dann so, ja, äh, heute ist eine Lahn bei dem und dem, kannst du mich hinfahren? Und dann immer so, ja, weiß nicht, also ich kann es auch echt verstehen, dass man als Elternteil voll keinen Bock drauf hat, ne, weil es ja dann auch nicht so ist, dass man die dann, dass man einen schnell absetzen konnte, ne, sondern man muss erstmal alles einladen in das Scheiß-Auto, vielleicht hinten noch die Sitze rumklappen, dann hineiern, dann da wieder ausladen, ne, und einen Tag später war die Lahn oft schon vorbei, dann wieder abholen, die ganze Scheiße wieder einladen, Hause wieder ausladen, also wie gesagt, viele von euch werden sich wahrscheinlich gerade, also von den Älteren, die so in meinem Jahrgang sind, ja, Jahrgang 88, 89, 87, so, die werden sich wahrscheinlich gerade auch so fett an die Zeit zurück erinnern, das war schon, war schon lustig so, und, ähm, war echt schon eine interessante Zeit, auf jeden Fall, obwohl das quasi so mega aufwendig war, war natürlich so der Vorteil von der ganzen Geschichte, dass, äh, Gaming damals immer noch viel mit, ähm, Aktivitäten auch noch im echten Leben, sag ich mal, zu tun hatte, ne, weil man hat halt eben sich nicht nur über das Discord, äh, unterhalten, oder über Teamspeak, oder wie auch immer, ne, sondern man musste halt wirklich auch noch zu den Leuten hinfahren, hat dann natürlich auch mit der Familie von demjenigen geredet, hat da, ähm, hat sich dann mal mit allen irgendwie einen Döner geholt, war mal so unterwegs mit den Leuten, hat irgendwie Scheiße gebaut, da gibt's auch viele Geschichten, die ich erzählen könnte, wo Leute irgendwelche Döller in Briefkasten gesteckt haben, oder Feuerwerk in der Garage angemacht haben, und, äh, solche Events haben dann halt auch zeitgleich zu so einer Laden stattgefunden, dass man auch dann Scheiße gebaut hat mit den Leuten irgendwie so, ne, und das finde ich, oder das fand ich halt immer eine ganz coole Geschichte im Nachhinein, ähm, dass Gaming damals, also Multiplayer-Gaming damals halt nicht nur bedeutet hat, ähm, sich irgendwie im Loch einzubunkern und dann halt mit allen im Teamspeak zu labern, sondern man musste quasi noch aktiver rausgehen. Aber trotzdem, wie gesagt, ich bin auch nicht der Typ, der so sagt, damals war alles besser, bla, 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 ähm, aber, ähm, ich denke auch, die Kinder heute werden wieder andere, äh, Gründe finden, warum man sich auch im Real Life trifft, äh, so kritisch sehe ich das eh nicht, aber wollte ich einfach nur mal so anmerken, das war halt echt, war halt echt schon so ein, so ein Akt immer, diese LAN-Partys, ähm, immer auf die Beine zu stellen. Ja, und es ist ja auch nicht damit dann getan gewesen, dass man dann dahin Uhr und seine Shit ausgeladen hat, ähm, musste dann ja auch da die LAN-Kabel verlegen, man musste einen Switch verlegen, einen Router, man brauchte, äh, man brauchte Strom für alle, ja, teilweise haben wir zu viele Rechner am Stromnetz gehabt, da ist der Strom ausgefallen in dem Kackhaus, ja, da musste man sich, äh, Ideen überlegen, wie man das umgeht, dann haben wir dann Verlängerungskabel verlegt, dann andere Stromkreise und so weiter, ja, damit der Stromkreis quasi nicht überlastet wird, weil da zu viele Rechner dran waren, ja, also mega lustig eigentlich auch, und, äh, ja, dann haben wir sehr viel Counter-Strike gespielt auf den LAN-Partys, also dann immer Fun-Maps gespielt, Pool-Day, sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was, oder auch die Rats-Maps, wo man quasi so aus der Maus-Perspektive dann so gespielt hat, so quasi ist da, alles sah dann so ganz groß aus und man war so, ob man, äh, als so eine Maus rumgerannt ist, so, das hat mega Bock gemacht, oder wie eine Ratte halt, und, ähm, aber auch die ganz normalen Maps, also Dust, Dust 2, ähm, Sack, äh, Train, und so weiter, also haben wir halt echt krass gesuchtet, und Counter-Strike war echt schon ein geiles Spiel, 1.5 hab ich mega gefeiert, ähm, dann irgendwann kam Counter-Strike 1.6, das haben wir dann am Anfang auch erst so kritisch, äh, dachten auch so, naja, lass mal lieber 1.5 weiterspielen, äh, äh, aber irgendwann haben wir uns auch für 1.6 dann mega begeistern können, und haben dann auch 1.6 noch sehr, sehr exzessiv gespielt, und das war einfach geil so, weil Counter-Strike war halt, ähm, ein Spiel, wo es wirklich nur um den Skill ging, einfach so, ne, also einfach nur ums Aiming, und, ähm, auf einer LAN-Party hatten halt auch wirklich alle die gleichen Voraussetzungen, ne, weil man nicht irgendwie einen rechten Ping hatte, wie es damals echt noch oft der Fall war, im Internet, äh, ähm, nein, alle hatten wirklich, ähm, richtig geile Voraussetzungen, es ging rein, ja, wie wir damals gesagt hätten, es ging richtig rein, ja, man konnte die Leute richtig wegklatschen, wenn man den entsprechenden Skill hatte, wurde halt nicht irgendwie abgefuckt von seiner schlechten Internet-Anbindung, ne, das war einfach ein bisschen schade, dass, dass Online damals einfach, äh, das den, den, den Spielspaß ein bisschen versaut hat, ne, und, ähm, gerade in Deutschland hatte man halt damals einfach noch nicht so, so eine geile Internet-Anbindung. Ähm, und die Pros und so weiter und die guten Clans und so weiter, die hatten natürlich dann auch, äh, schon, also Counter-Strike war selbst damals schon, äh, im E-Sport natürlich vertreten, ne, es gab die ESL schon, solche Geschichten, aber wie gesagt, man brauchte halt wirklich eine gute Internet-Anbindung und wenn du auf dem Dorf gewohnt hast, dann warst du einfach nicht am Start, ne, da musst du dann schon irgendwie in Frankfurt, Berlin oder so am Start gewesen sein, damit du da halt fett mitmachen kannst, ne, und, ähm, ja, also Counter-Strike haben wir wirklich sehr, sehr exzessiv gespielt, äh, auch bis zum Ende der LAN-Ära, würde ich mal sagen, hat sich das Spiel wirklich sehr, sehr gut gehalten, ähm, dann ging's auch los mit Half-Life, also Half-Life war auch geil, mal so ein bisschen Deathmatch-mäßig, äh, haben wir da, ähm, Half-Life gespielt, diese eine Map, weiß gar nicht, wie die heißt, wo so eine Atombombe immer dann irgendwann hochgeht, wo man in so einen Bunker rein muss, also das hat einen Mega-Bock gemacht einfach, und, ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einer LAN-Party war, so dieses LAN-Party-Feeling war halt auch immer geil, ne, weil du die Leute halt direkt angucken konntest, die du fertig gemacht hast, so eine Art, ne, oder dann halt auch direkt die Leute anbrüllen konntest, oder wenn du mal irgendwie eine richtig geile Runde hattest, hast du halt mal richtig rumgeschrien, und bist dann ausgerastet und alle haben sich weggehauen und, äh, das war schon eine geile Zeit, so, ja, und man hat ja auch auf den Laden dann nicht einfach dann nur irgendwie, äh, vorher Mittag gegessen und ist dann zu Lagen gefahren, so eine Art, ne, man hat sich natürlich richtig fett auch eingedeckt mit, mit Süßigkeiten, äh, irgendwelchen Getränken, dann ist man gemeinsam zum Döner gefahren, und, äh, also zum Dönerladen und, ähm, hat auch nur Scheiße gefahren, auf diese Lahn-Partys, wirklich, ne, ich glaube, man hat sich irgendwie, man hat versucht echt, echt sich darin zu übertrumpfen, dass man noch ungesünder als sein Nachbar, wie, die Lahn-Party da ist, weißt du, also, so viel Scheiße, ich hab mir immer irgendwelche, ja, so Pfefferminz-Fondant gekauft, kennt ihr vielleicht, das sind einfach nur so eine, so eine, ähm, Bruch, also so, komplett aus Zucker, einfach nur so eine, ähm, pink, weißen, ähm, ja, Zucker-Dinge einfach, die man so, essen kann halt irgendwie, purer Zucker, einfach nur so ein komplettes Ding, hab ich locker auf einer Lahn weggeballert, das Teil, ja, dann locker auch, zwei Flaschen Energy, auch in der Lahn locker getrunken, also, komplett krank eigentlich, in der Ernährung, dann irgendwelche komischen, Kopenrad- und Wiese-Torten, irgendwie noch, also, komplett behindert eigentlich, so von der Ernährung her, und dann zwischendurch zum Dönerladen, oder Pizza gegönnt, und ja, also, die Ernährung war auf jeden Fall auch immer ein Highlight auf dem Laden, und so, und, ja, das war schon geil, ey, also, da werde ich auch in zukünftigen Folgen hier auch nochmal ein bisschen was zu einzelnen Lahn-Partys erzählen, weil wir echt zum Teil, wenn meine Eltern in den Urlaub gefahren sind, wirklich für zwei Wochen unser Haus mal hatten, und ich hab dann wirklich zwei Wochen durchgehend eine Lahn-Party gemacht, also, waren dann immer verschiedene Freunde da über verschiedene Tage, und das war halt einfach legendär, ne, also, und andere Spiele, die wir auch noch sehr exklusiv gespielt haben, auf den Lahn's, war dann, äh, Warcraft 3, auf jeden Fall, ja, und Warcraft 3 war dann auch für mich, glaube ich, die erste Berührung mit einem Blizzard-Spiel generell, obwohl, ne, Diablo 2 hab ich auch noch gespielt, ich glaube, Diablo 2 kam doch sogar vor Warcraft 3 noch, glaube ich, ne, weiß ich nicht so ganz genau, auf jeden Fall Diablo 2, Leute, Diablo 2 hab ich auch richtig, richtig gesuchtet, hab ich auch mega geil gefunden, und, in Diablo 2 fand ich's auch nicht so schlimm, dass man da jetzt nicht so krass online-mäßig, äh, fett schon connected war, ich glaube aber, Diablo 2 konnte man damals auch schon online spielen, war aber bei mir auch gar nicht so das Ding, Diablo 2 hab ich relativ viel Solo-Player dann auch gespielt, beziehungsweise dann halt auch wieder mit Freunden auf Lahn-Partys im Multiplayer, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie das war, ob man da das schon online spielen konnte, oder im Lahn, also ich bin der Meinung, im Lahn konnte man bei Diablo 2 Leute in die Gruppe einladen, und dann war man nur mit den Leuten in der Gruppe, und konnte aber dann so Diablo und so weiter killen, mit den Leuten, die man in die Gruppe eingeladen hatte, ne, das war so ein bisschen komisch noch, aber Diablo 2 hab ich richtig gefeiert, und, äh, brauchen wir jetzt nicht so lang drüber reden, aber als dann irgendwann Diablo 3 kam, es war ja dann Lichtjahre, oder halt, also, sehr, sehr lange später, äh, da hab ich auch gedacht, Alter, was für ein Scheiß mit Diablo 3, ne, Diablo 2 war so ein geiles Game eigentlich, um dann Diablo 3 so an Müll draus zu machen, ähm, und jetzt haben sie ja eh mit der Mobile-Version von Diablo komplett reingeschissen, na, ist ja auch egal, auf jeden Fall Diablo 2 kam dann irgendwann, aber Diablo 2 war nie so ein Game, was so richtig krass auf LANs gesuchtet wurde, weil, das war dann doch relativ eingeschränkt, da konnten nicht so viele Leute in eine Gruppe, und dann konnte man auch nicht so viel machen irgendwie, also Diablo 2 hab ich gefeiert, auch gespielt, auch, ähm, aber das war mir so, wenn ich so mit einem Kumpel dann nochmal zusammen irgendwie, äh, zu zweit gespielt habe, dann hat man mal zu zweit Diablo gespielt, aber auf LANs war Diablo 2 nicht wirklich ein Thema, da war dann schon eher so, äh, Warcraft 3 halt ein Thema, und wie gesagt, Warcraft 3 war dann echt so, der erste Berührungspunkt mit dem Warcraft-Universum, ne, wo man dann so die Orcs kennengelernt hat, Menschen und so weiter, und ich muss sagen, Warcraft 3 hab ich auch immer gemocht, also hab ich auch immer mega geil gefunden, ich war aber auch nie mega gut drin, muss ich auch sagen, ich hab immer Menschen gespielt, ähm, und generell, weil ich so bei Aufbau Strategie spielen, äh, kennt ihr vielleicht auch, ich bin so ein Typ, ich brauch immer so eine, äh, Peace-Time am Anfang, wo man sich nicht angreift, ich kann, konnte damit nie umgehen, wenn ich mich schon, während ich noch meine Base aufgebaut habe, irgendein Penner so mit allen Bauern schon ankommt, und mich da irgendwie so ärgert, und so quasi davon abhalten will, macht es ja in Pro-Games, gang und gäbe, und ist ja auch komplett logisch, und sinnvoll, aber wir haben das damals immer so genau gemacht, glaub ich, oft eine Peace-Time irgendwie, von einer halben Stunde, wo man sich in Ruhe erstmal aufbauen konnte, bevor man dann angefangen hat, sich zu bekriegen, und das fand ich immer viel, viel nicer, also ich bin damit nie klargekommen, wenn ich direkt schon am Anfang so gestört wurde, ähm, und das war halt, glaub ich, dann auch langfristig natürlich auch der Grund, warum ich in Warcraft 3 nie so wirklich gut war, weil wenn man da wirklich richtig gut drin hätte werden wollen, hätte man sich halt auch schon von Anfang an damit beschäftigen müssen, wie man den Gegner schon stört und solche Scheiße, und da hatte ich halt nie Bock drauf, für mich war eigentlich so diese, alle Strategiespiele eigentlich immer so, von der Theorie her, man baut sich auf, aufentspannt, da baut zwei Armeen, äh, und dann trifft man sich irgendwann, macht Armee gegen Armee, und der eine gewinnt, der andere verliert, und, äh, der, der halt dann verliert, der gewinnt dann auch, äh, der verliert dann auch das komplette Spiel meistens so, weil dann die Armee einfach weiter in die Base marschiert, und da auch alles platt macht, und ein weiteres Spiel, was wir auch noch dann sehr, sehr oft gespielt haben, war Age of Empires 2, und das fand ich dann auch mega geil, also, kennen wahrscheinlich auch viele von euch, Aoe war einfach ein mega geiles Spiel, ohne Kack, äh, wie man da die riesigen Schlachten immer hatte, und dann die Leute verraten konnte, weil man konnte dann ingame noch die Teams ändern, und solche Sachen, äh, da haben wir auch viel Scheiße gebaut, und so, dann gehalten, so, heimlich sich verbündet, und so weiter, und dann die Leute abgefuckt haben, und dann auch verladen sich gegenseitig beleidigt, ah, du Spaß, warum bist du in das Team, ich hab doch dir vertraut, und bla, das war auch immer geil, wenn man die Leute dann verraten hat, und so, und so, oh Mann, ey, das, äh, war alles auch auf einer spaßigen Ebene natürlich, und Age of Empires 2 hab ich auch mega gefeiert, ohne Kack, war auch auf jeder Laden eigentlich ein Spiel Pflicht, und, jetzt muss ich mal überlegen, was wir noch so gespielt haben, also, was haben wir jetzt, Thunderstrike, klar, ähm, Warcraft, Drei, äh, ja, Diablo müssen halt, Age of Empires, The Half-Life, ähm, ja, das waren so die, die All-Time-Klassiker, sag ich mal, ne, waren natürlich auch immer mal wieder so Spiele, die man zwischenzeitlich mal gesuchtet hat, aber die dann nie so wirklich so, sich so etabliert haben, was immer mal wieder kam, war Unreal Tournament, ja, kennt vielleicht auch der ein oder andere noch, äh, ne, so diese, ähm, ja, weiß nicht, wie man die nennen soll, ähm, die halt nicht so wie Counter-Strike mäßig waren, so realistisch, sondern so ein bisschen abgefreakt da, ne, weil Unreal Tournament konnte man halt auch voll fett springen irgendwie und mit Raketenwerfern rumjumpen und blablub, irgendwelchen Weltraumschlachten, da gegen andere kämpfen, Unreal Tournament kam auch mal wieder, immer mal wieder, aber sonst weiß ich gar nicht mehr so genau, was wir sonst noch so fett gespielt haben, also, wir haben dann halt auch immer die Spiele angetestet, die dann irgendwie gerade so released wurden und wo man mal reingeschaut hat, die sich aber dann nicht wirklich, nicht wirklich etabliert haben, äh, aber das war eigentlich so im Großen und Ganzen so, das waren so die, die Dauerbrenner auf den Lahn-Partys und, ja, die Lahn-Ära war einfach nur geil und, äh, hat meine komplette Jugend geprägt, kann man sagen eigentlich, meine komplette Schulzeit auch, äh, hat sich dann natürlich auch in der einen oder anderen Note wieder gespiegelt und, ähm, ähm, ja, auch natürlich so ein bisschen in dem, in meinem sozialen Leben so, ne, ich war da natürlich schon, ich war jetzt kein, kein klassischer Nerd so, äh, kein, kein Kellerkind, ich hab aber da nie, äh, eine richtige Gefahr drin gesehen, irgendwie im Gaming generell, äh, klar, es ist vielleicht fraglich, ob man, ob es gesund ist, wenn man sich, ähm, zwei Wochen lang im Sommer irgendwie so im Keller einschließt und, äh, da nur rumzockt, anstatt halt auch ab und zu mal so an die frische Luft zu gehen, aber wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke oder auch an meine Jugend vor allem eigentlich, dann bin ich, bin ich doch echt total oft auch draußen gewesen, hab auch irgendwie Scheiße gebaut und, ähm, also selbst heute, wo die Leute dann sagen, ja, die Leute hocken nur noch vorm Handy und man trifft sich nicht mehr und so, ganz ehrlich, mein Bruder macht auch noch so viele Sachen draußen und es gibt immer noch hunderttausend Gründe, um da draußen in die Welt zu gehen und Dinge zu erleben. Ich denke, ähm, wenn man das in einem gewissen Maße einfach mit, äh, digitalen Inhalten auch noch erfüllt, sein Leben, also sei es Gaming oder Netflix und Chill oder was auch immer, also quasi sich Netflix-Filme anschauen, meine ich jetzt, äh, dann, ähm, weiß ich nicht, ist doch alles okay so. Also bei mir war Gaming halt immer schon ein großer Bestandteil von meiner Jugend, auf jeden Fall, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie so meine, ähm, dass ich den kompletten Bezug zur Realität verloren habe oder so. Und ich glaube auch, dass es bei keinem Kind oder Jugendlichen wie auch immer wirklich ein Problem darstellt, wenn er viel spielt, ähm, gerade auch, weil halt so bei vielen Spielen dann auch immer so dieser Multiplayer-Aspekt, äh, eine große Rolle spielt und man dann halt eh auch mit anderen kommuniziert, mit anderen spricht, im Voice und so weiter. Ähm, ich glaube, dass die Gefahr besteht immer nur dann, wenn diese Personen oder die Jugendlichen oder wie auch immer auch irgendwelche anderen sozialen Probleme im Leben auch wirklich haben, ne, und das ist eigentlich immer der einzige Grund, warum man sich dann in irgendeine Sache flüchtet, ne, und das ist nicht nur beim Gaming so, das ist bei vielen Dingen so, ne, wenn es nicht Gaming ist, irgendwie, dann ist es vielleicht, ähm, dann flüchtet man sich in den Alkohol oder in andere Dinge oder man geht nur noch feiern oder, ähm, man guckt nur Fernsehen, ja, oder heutzutage man, man scrollt nur durch Facebook den ganzen Tag und versucht sich da von der Realität irgendwie abzulenken. Ich glaube, jeder da draußen hat schon mal Phasen in seinem Leben gehabt, wo man sich vor irgendwas irgendwie, nicht unbedingt auch immer flüchten, aber wo man einfach, äh, sich mal eine Auszeit gönnen wollte, ja, von, von dem echten Leben, vom Alltag, wie auch immer. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gaming einfach auch nur ein Escape-Mechanismus ist so, jeder hat das irgendwie, ja, der eine guckt Fußball irgendwie bis zum Abwinken, wenn er keinen Bock mehr auf seinen Alltag hat, der andere zockt halt einfach mal eine Runde, ja, der andere, ähm, ja, macht exzessiv, Fachsport, wie auch immer. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, um sich abzulenken und abzuschalten und ich glaube, Gaming ist einfach nur eine davon. Und, ähm, wie gesagt, bei mir war das so, ich hab auch in meinem Freundeskreis, so in meiner Jugend, äh, viele, viele verschiedene Aktivitäten gemacht und auch viele Freunde aus vielen verschiedenen, ähm, Umfeldern so gehabt, ne, ich hatte, hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich hatte quasi ein bisschen ärmliche, also quasi arme Freunde, die aus ganz einfachen Verhältnissen gekommen sind, ich hatte Freunde, die waren ein bisschen reicher, ein bisschen wohlhabender, mir war das eigentlich immer scheißegal so, ja, ich hab einfach, ich hatte Leute, die haben Metal-Musik gefeiert in meinem Freundeskreis, ich hatte Leute, die waren mehr so die Hip-Hopper, ich hatte Leute, die waren ein bisschen Gangster, wenn man das so nennen will, ich hatte Leute, die ganz entspannt waren, ich hab ein paar gekannt, also, ich hab mich nie einer gewissen Richtung oder so zugehörig gefühlt, ich war immer mit allen Leuten, also, oder, also ich war quasi immer mit Leuten aus allen möglichen Kreisen so befreundet und das, finde ich auch, hat sich auch im Gaming auch wiedergespiegelt, weil beim Gaming ist es auch egal, wo du herkommst, so, ne, da spielst du dann deinen Schar und dann ist fertig halt so und das hat mich irgendwie während meiner Jugend auch so geprägt, dass ich wirklich mit ganz vielen verschiedenen Menschen immer irgendwie in Berührung gekommen bin und, ähm, das fand ich irgendwie auch immer so ein cooles Ding, auch im Gaming, ne, da sprichst du jetzt dann noch heute mit Leuten drüber und so weiter im Voice und dann der eine macht dies, der andere macht das irgendwie so und Gaming war immer so der verbindende Faktor so und das, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich Gaming generell so mag, weil es da auch egal ist, wo man herkommt und sich nicht so eine, äh, Clique irgendwie bildet, die dann, ähm, nur so ihr Ding macht, ja. Ja, ich würde sagen, das, äh, soll es auch erstmal gewesen sein für diese erste Folge heute, ähm, ja, ich hoffe, ihr habt schon so einen kleinen Einblick, äh, wo, wo die Reise hier hingehen soll, wie gesagt, ähm, ich hab heute einfach mal angefangen, drauf los, zu labern über meine ersten Berührungen mit dem Gaming, also wie gesagt, es hat mit Tomb Raider angefangen, äh, mit irgendwelchen Rechnern, wo man mal spielen konnte, ja, dann hat man irgendwann den eigenen Rechner dann mal gehabt und dann ging es relativ schnell los mit den LAN-Partys und, ähm, ja, ähm, dann irgendwann, wie gesagt, kam so dieser langsame, diese langsame Transition, dieser langsame Übergang zum, zum Internet, ähm, was dann halt, also immer mehr Leute hatten dann ja auch eine gute Anbindung und so weiter und, ähm, dann hat man dann auch schon so angefangen, online ein bisschen mehr zu spielen, nochmal Online-Matches, Online-Turniere mitzumachen, in der ESL vielleicht mal To-and-To zu machen, solche Geschichten, äh, und dann kam halt, wie gesagt, dann auch irgendwann, äh, WoW und, äh, ich würde sagen, das, äh, mit dem Thema fangen wir dann in der nächsten Folge an, äh, genau, ihr könnt mir ja gerne mal unter das Video runterschreiben, ob euch das Format so gefällt, ne, ob ihr das interessant findet, ähm, wie ich hier auch mal quasi nicht nur über WoW spreche, sondern auch generell Gaming-Inhalte anspreche, ähm, aber natürlich immerhin auch immer wieder so ein Bezug zur WoW natürlich, weil es einfach immer wieder auch während meiner Gaming-Laufbahn, ähm, ja, ein Bestandteil quasi, ähm, war. Joa, und dann schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, mit welchem PC-Spiel ihr angefangen habt, also was wirklich, was man schon so als wirkliches Gaming-PC-Spiel bezeichnen kann, ja, also nicht solitär oder so ein Scheiß irgendwie, sondern was euer erstes, ähm, Spiel war, womit ihr quasi mit dem Gaming angefangen habt, und, ähm, dann würde ich sagen, äh, danke an alle Leute, die, äh, hier auf YouTube mir jetzt fleißig zugeschaut haben, ja, moin moin, und auch vielen, vielen Dank an alle Leute, die auf Spotify gerade zugehört haben, äh, die nächste Podcast-Folge kommt dann nächste Woche, und ansonsten sehen wir uns natürlich auch dreimal die Woche im Livestream auf Twitch, ich stream immer Sonntag, Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr, äh, der, äh, Stream ist auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt, und auch in der Podcast-Beschreibung werde ich den Link von meinem Livestream nochmal reinschreiben. In dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, und, äh, ja, ich bin gespannt, wie ihr die, äh, erste Folge hier aufnehmen werdet, und, äh, ja, freue mich wirklich drauf in den folgenden, äh, Episoden. Noch viele, viele persönliche Geschichten zu erzählen, und in dem Sinne, haut da rein, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.